Hallo liebe Studierende, ich möchte euch zeigen, wie ihr die Fehlermeldung bei Screener umgehen könnt. Diese taucht auf, wenn ihr versucht, die Applikation zu starten. Da erscheint dann dieses Fenster, wo steht, dass die Java-Anwendung blockiert ist. Und die Ursache ist, dass eure Sicherheitseinstellungen dieses blockieren. Um diese Ursache zu umgehen, sucht ihr in eurer Systemsteuerung nach der Java-Applikation. Die findet ihr in der Systemsteuerung bei Windows sowie auch bei Mac. Dann klickt ihr diese an und es öffnet sich ein Konfigurations-Panel, ein Control-Panel. In diesem geht ihr oben auf Sicherheit und fügt in dieser Ausnahmeliste die Seite Screener hinzu. Dabei klickt ihr auf Hinzufügen und gebt auch ein nachdem ihr diese hinzugefügt habt, drückt ihr auf OK und sie erscheint hier in dieser Ausnahmeliste. Anschließend drückt ihr wieder auf OK. Nun müsst ihr den Browser einmal neu starten und geht wieder auf die Seite von Screener. Wenn ihr nun versucht, den Screen Recorder zu starten, öffnet ihr den Recorder und ihr könnt anfangen, euer Video aufzunehmen. Auf Wiedersehen! Y2 9 9 9 10